Die Katze der Familie Pakersfield in Kalifornien hat den vierjährigen Sohn Jeremy gerettet, der vom Nachbarshund angefangen wurde. Dass Hunde angeblich die besten Freunde des Menschen sind, weiß ein jeder Hundefreund. Dass aber auch Katzen sehr gute Freunde sein können, zeigt dieses Video aus den USA. Der kleine Jeremy fuhr gerade mit dem Laufrad vor dem Haus, als er plötzlich vom Hund des Nachbarn attackiert wurde. Der Buck musste mit zehn Stichen am Bein genäht werden. Einen Schock erlitt der kleine vierjährige Jeremy. Katze Terra hat die ganze Aktion unbeschadet überstanden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017